Herzlich willkommen bei Einfach Abnehmen mit David Döckhoffs. Ich möchte mit den Videos euch einfach mal ein paar coole Variationen zeigen, die ich selber ausprobiert habe und auch meinen Kunden empfehle, mit denen ihr super abnehmen könnt und die auch super für die Figur sind. Ich werde immer so ein paar Varianten machen. Heute machen wir mal eine süße Variation, eine super Alternative für Bounties, diese kleinen Schokoriegel mit extrem viel Zucker. Wir machen heute einfach mal eine Variation ohne Zucker bzw. ganz wenig und die perfekt für die Figur sind. Viel Spaß! Jetzt mal zu den Nährwerten. Im Endeffekt ist es easy. Ihr braucht nur Kokosraspeln, Kokosmilch, dunkle Schokolade, am besten so alles, was über 80% ist. Ein bisschen Proteinpulver und ein wenig Süßstoff für die, die es ein bisschen süßer mögen. Die Low Carb Bounties haben insgesamt, wenn wir jetzt eine Portion, das ist ungefähr 70 Gramm, haben wir 317 Kalorien, 8,7 Gramm Eiweiß, 28,2 Gramm Fett und nur 5,5 Kohlenhydrate. Also perfekt für zwischendurch, wenn ihr mal Bock auf was Süßes habt. Okay, erster Schritt ist, wir machen die Füllung für die Low Carb Bounties. Das heißt, ihr nehmt die Zutaten, die Kokosraspeln, 100 Gramm, 100 Milliliter Kokosmilch, 25 Gramm Eiweiß und ein bisschen Süßstoff, wenn ihr möchtet. Verrührt das Ganze und dann macht ihr kleine Förmchen drauf, legt die auf dem Backpapier und dann geht's ab in den Kühlschrank. Okay, zweiter Schritt ist dann, Bounties auf dem Kühlschrank wieder rausholen, die Schokolade warm machen, die Schokolade über die Bounties drüber und dann geht's nochmal in den Kühlschrank. Okay, Low Carb Bounties sind fertig, ich probier jetzt mal. Na, werde ich neben mir stehen, oben hier. Das sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Boah, sehr sachtig. Die Schokolade ist schön knackig. Mh. Müsst du unbedingt mal probieren. Guck mal, nimm den Fleisch. Super Fleisch. Ja. Mh. Egal frisch, genau. Sehr gut. Okay, extrem lecker. Ich hab' den Dach getroffen, ne? Geil. Geht jemand in den Kopf noch rechts?